willkommen zurück liebe karpfenfreunde heute beim magic baits adventskalender habe ich mir das türchen numero 12 geangelt was sich darin befindet sehen wir jetzt im heutigen türchen sind gleich zwei sachen zum einen beulich stopper in verschiedenen längen ideal für den einsatz wenn man mit der haarmontage arbeitet und zum andern ein karpfenblei ein so genanntes magic baits bomblied in einer ultra coolen tarnfarbe mit einer gummierten beschichtung auf der rückseite befindet sich die gramm angabe diese beträgt 85 gramm ideal für den einsatz mit allen gängigen karpfenruten das ganze könnt ihr zum beispiel supergut für euer shotrick lead core leader gebrauchen wie man das ganze dort einhängt zeigen wir euch gleich mal hier seht ihr den quick link lead clip dort hängt ihr einfach den ring des wirbels vom blei ein und sichert das ganze mit dem heli buffer beat und schon ist das ganze einsatz bereit das blei ist wie ihr seht wieder perfekt getarnt und verschmilzt an jedem gewässer untergrund dank dieser mattgrünen farbe mit den zusätzlichen schwarzen sprenglern die form eignet sich hervorragend zum werfen damit könnt ihr punktgenau euren karpfen spot beangeln in dieser kalten jahreszeit ist warme kleidung extrem wichtig deswegen haben wir heute einen ganz speziellen gewinn und zwar unseren bekannten magic baits jogger suit dieser besteht aus einem ultra warmen hoodie sowie einer super warmen jogginghose was ihr dafür machen müsst ist erstens unseren kanal abonnieren zweitens das video liken und drittens einen kommentar darunter hinterlassen wir losen dann einen tag später den gewinner aus schreiben ihn an und fragen ihn nach seiner größe sowie seiner bestellnummer des adventskalenders und schon habt ihr die chance auf so einen warmen suit ideal für den winter wir wünschen euch viel glück beim gewinnspiel und sehen uns bestimmt bald wieder